Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Gerade hier schön in den Abendstunden. Bam, jawohl. Auch noch ein schöner Brocken. Da rasseln sie jetzt rein. Alter, abgefahren. Heute hier schön auf Arland unterwegs. Arland Alden. Richtig geiler Brocken. Macht immer wieder Bock und tatsächlich auch schon im Low-Level-Bereich gut zu beangeln. Also auch da ein Fisch, der sich wirklich lohnt. Und dazu kommt ein Fisch, den man an manchen Gewässern eigentlich sucht. Und einfach nur, um die Trophäensammlung zum Beispiel hier am Moskito zu absolvieren. Heißt also, genau hier bin ich. Ich bin gerade am Moskito. Und ich weiß halt, dass immer wieder die Frage kommt, Alden, wo ist denn, wo fange ich denn? Ich brauche noch den ollen Arland am Moskito-See, um hier in der Trophäensammlung am Moskito-See alle Trophäen abzuschließen, um das Achievement zu schaffen sozusagen. Und dann fehlt einigen halt der Arland, manchen fehlt der Barsch. Ich glaube, alle anderen sind relativ easy zu kriegen. Aber das sind häufig so die, die so ein bisschen tricky sind. Wie ist es bei dir? Fehlt dir der eine noch? Vielleicht einfach mal sagen, was dir noch fehlt. Vielleicht fehlt ja der Barsch. Dann kann ich auch mal demnächst nach dem Barsch suchen. Also, hier gerade durchaus eine Möglichkeit. Wir hatten das zuletzt auch im Discord immer mal wieder stehen. Verschiedenste Stellen, wo der Arland eben auch funktioniert. Zack. Nachts gehen dann mal die Brassen rein. Kann auch durchaus passieren. Alter. Ist aber auch ein Wind hier heute, ne? Mir fliegen die Routen gerade echt kreuz und quer, ey. Ja, vom Setup her bin ich simpel unterwegs. Bin auch noch gar nicht so lange hier. Gerade erst so ein bisschen aufgebaut und zusammengetüttelt. Und ja, eigentlich bin ich jetzt effektiv seit rund 5 Minuten hier. Die ersten 3 Fische, da war noch so ein bisschen halb AFK dabei. Aber man sieht so, in den ersten 5, 6 Minuten hat das schon ganz gut geklappt mit dem Arland. Und vor allem relativ simpel hat es geklappt. Das heißt, mit sehr simplen Setup. Ich zeige euch einfach mal 2 verschiedene, oder ich sage mal recht ähnliche, hier nicht so ganz weit auseinander. Ganz normales Feeder-Set oder Winkelpicker-Set, wenn vorhanden. Dann eine Montage, die möglich ist, halt mit Futterkorb. Das heißt, eine Inline-Montage, die Paternoster-Montage, Schlaufen-Montage. Die Montage ist eigentlich die Montage Nummer 1 sozusagen. Das würde ich am ehesten empfehlen, also auf die Schlaufen-Montage zu gehen. Und dann ein dünnes Vorfach, nicht ganz so dick. Wenn ihr schon könnt, dann halt dieses geflochtene Vorfachsmaterial verwenden. Oder eben auch ganz normal Fluorocarbon. Da könnt ihr im Bereich von, ich sage mal von 6 Komma, wenn ihr genug Schnur drauf habt, dann könnt ihr halt eher in den Drill reingehen. Habt vielleicht ein bisschen weniger Scheuchwirkung. Bis hin zu 9. Also so zwischen 6 und 9 Kilo Vorfach sollte ganz gut sein. Genauso beim Haken. Ich würde sogar sagen, vom 6er Haken bis hin zum 1er Haken hoch kann man es durchaus mal probieren. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, der Arland ist wirklich da. Der Spot ist heiß. Dann vielleicht auch mal zwischendurch eine Route auf dem 1er Haken umbauen. Und das Ganze hier entspannt auf dem Erbsenbrei. Erbsenbrei auch relativ easy herzustellen. Es macht sowieso Sinn, relativ früh auch schon die Köderherstellung. Och geil, eine Güste. Güste nehmen wir doch auch gerne mit. Die Köderherstellung weiter hoch zu pushen, weil man ja auch, wenn man halt im Low-Level-Bereich jetzt hier ist, sehr schnell auch irgendwann in Richtung Brassenfutter gehen will. Brassenkloppen ist auch halt essentiell und sehr wichtig. Von daher auch gerne die Köder halt herstellen. Ja, dass jetzt hier nachts die Brassen reingehen, schmeckt natürlich auch. Da bin ich ja ganz zufrieden mit. Also wirklich eine Stelle, die rein kohletechnisch bisher echt gut aussieht. Gar nicht schlecht. Und das auf ganz normaler Basis, ey. Gar nicht schlecht. Warte mal, hatte ich denn hier keine Mische mehr dran? Ich ziehe nochmal eben rein. Ich hatte eine Handvoll A-Land-Mische noch. Ich hatte noch eine Handvoll und habe die gerade erst nachgebaut. Genau hier. 40 Stück. Achso, Clip. 15 Meter habe ich hier. Das war jetzt ein bisschen weit. 15 Meter ungefähr geklippt. Zack. Und ich habe jetzt hier vorne so diesen ganzen Bereich, also hier diese ganze Area eigentlich schon verseucht mit Futter-Mische. Bisher bin ich unterwegs mit, wie viel Futter-Mische ist drin? Na, ich sag mal so ungefähr sieben Bällchen sind drin. Das war jetzt gerade der achte. Also so ganz viel ist noch nicht drin. Und ja, ich denke mal, dass das jetzt gleich auch noch schön weiter reinrasseln wird. Wie gesagt, durchaus eben die Chance auf dicke, fette A-Lande, die kohlemäßig top sind. Wie wir jetzt gerade sehen, halt Güster und Brasse als Beifang. Auch beides sensationell. Und beides tatsächlich auf recht große Haken. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, den 6er-Haken und zweimal den 4er-Haken. Hier einmal dieses Vorfachsmaterial und hier zweimal Fluorocarbon. Einfach auch, um nochmal ein bisschen zu testen. Gibt es da vielleicht tatsächlich einen Unterschied? Oder glaubt man ja irgendwie nur an den Unterschied? Das ist halt immer so ein bisschen viel Fantasie auch beim Angeln. Ich verwende immer nur dieses Vorfach und immer nur ungerade Zahlen beim Haken. Und solche Sachen gibt es alles. Egal, wer fängt, hat recht. Hauptsache es ballert rein. So. Jetzt gerade eine leichte Flaute. Wobei ich glaube, auf A1 hat es gerade schon ein bisschen gezuppelt. Man kann sich natürlich auch nachts hier mit einem Mistwurm hinstellen. Einfach auf Mistwurm in der Nacht. Wobei ich ja eigentlich davon ausgehe, dass der Arland auch in den Abend- und Nachtstunden mit reinballert. Kann ich mir schon gut vorstellen. Sollte eigentlich funktionieren. Ich würde sagen, wir warten nochmal ein bisschen ab. Ob hier noch ein bisschen mehr geht. Und dann gucken wir gleich nochmal rein. Und zack, da ist auch schon wieder was dran. Auch wieder ein ganz vernünftiges Gewicht. Ich hatte jetzt gerade nochmal eine zweite Route umgeändert auf Sechserhaken runtergegangen. Weil mir, ah da ist schon wieder ein Arland, sehr schön kleiner. Weil mir hier tatsächlich einige Güster auch schon wieder reingegangen sind. Auf einen Sechserhaken. Also eigentlich ein recht großer Haken für Güster. Aber ich nehme die doch natürlich gerne mit, wenn jetzt hier gerade in der Nacht die Güster reinballern. Warum nicht? Und wenn da der Arland drauf geht, ist das doch auch okay. Vom Auswerfen hier und von der Futtermische ist es so. Ich habe jetzt hier an dem Spot schon ausreichend Futtermische drin. Das heißt, ich reduziere jetzt Stück für Stück einfach mal eine Route. Hat jetzt schon mal keine Futtermische mehr. Das reicht. Und jetzt gucken wir mal, wie das bei denen hier aussieht. Wie die Frequenz ist. Dass ich vielleicht nochmal so zwei, dreimal mit Futtermische nachwerfe. Und dann mache ich allerdings auch so eine kleine Pause damit. Erstmal ein bisschen abwarten mit der Futtermische. Und dann vielleicht mal den halben Tag über gar nichts mehr reinwerfen. Und wenn ich merke, da tut sich irgendwas an der Frequenz. Es wird vielleicht weniger mit der Frequenz. Dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen was nachballern. Aber einfach gucken, dass man hier auch nicht alles komplett überfüttert. Und dass der Spot dann irgendwann komplett platt ist, tot ist. Wollen wir ja auch nicht. Also gucken wir nochmal rein hier, wie es jetzt am Ende der Nacht dann ist. Wir ziehen nochmal ein bisschen durch bis in die Morgenstunden. Und gucken dann natürlich nochmal in den Kescher rein. Also ist tatsächlich wieder ganz gute Frequenz jetzt hier in den Morgenstunden. Brasselt es wieder rein. Eine kleine Brasse und ein bisschen Kleinkram und weiß der Geier was. Also Frequenz ist da. Gerade wenn man natürlich hier im Low-Level-Bereich unterwegs ist, kann man alles gebrauchen. Auch diese kleinen Güster alles mitnehmen. Denn alle Fische sind auch im unmaßigen Bereich gerne mal in den Kaffeeaufträgen drin. Deswegen, wenn man hier steht, ruhig einfach alles einpacken. Ob maßig oder unmaßig. Shitty gall. Nehmen wir alles mit. Und ja, sehen einfach zu, dass wir hier natürlich schwerpunktmäßig auf den Aarland gehen. Den wollen wir ja haben. Es sind jetzt in der Nacht nochmal zwei etwas größere reingegangen. Aber ansonsten war da jetzt nicht so die Riesenfrequenz. Jetzt haben wir gerade 5 Uhr morgens. So ab 3 Uhr, 4 Uhr. Zwischen 3 und 4 Uhr ging es dann auf einmal ein bisschen mehr los. Es wurde dann auch ein bisschen heller. Und ich denke mal, dass jetzt so bis 10 Uhr eigentlich nochmal eine ganz gute Zeit ist. Dass man dann bis dahin vielleicht nochmal ordentlich was fängt. Guck mal, hier auch wieder eine schöne Güster. Nehme ich natürlich auch immer wieder gerne mit. Da gibt die Güster gerade auch die größeren, die halt richtig gefärbt sind. Die machen dann auch ein bisschen mehr Kohle. Ähm, ich gucke gerade nochmal rein. Von der Zeit her sind wir jetzt. Die ersten drei lassen wir mal aus. Also bei rund 21 Minuten. Heißt also, die 10 Minuten machen wir noch. Dann haben wir wieder hier schön so eine halbe Stunde. Dass man das, guck mal da, 500er Güster. Krass. Alles hier komplett auf Arland getrimmt. Und da geht eine 500er Güster auf dem Viererhaken rein. Alter, ich weiß, wie ich demnächst meine Güster fange, ey. Nix mehr hier mit kleinen Zwölfer oder solchen Haken. Hier, die dicken Brocken kommen da dran, ey. Da kennt die Güster nix. Solange der Köder schmeckt, rein damit. Zack, Alter, wir sind hier in Güsterhausen. Läuft, ey. Ihr seht hier vorne schon keine Futter-Mische mehr dran. Die nächste Route werde ich jetzt auch auslassen mit Futter-Mische. Im Moment ist die Frequenz gut. Wir wollen es halt nicht übertreiben. War da was dran? Ne, hat sich noch nicht entschieden. Das heißt, wir lassen das nochmal ein bisschen hängen. Ja, und dann, wie gesagt, ein bisschen Pause machen. Gucken, wie sich das verändert. Und dann, ja, gegebenenfalls halt wieder nachlegen mit der Futter-Mische. Denkt dran, auch bei der Futter-Mische, wenn ihr da reinballert, gerade im Low-Level-Bereich. Denkt nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist. Wie komme ich am schnellsten auf die und die Futter-Mische? Wie skille ich das am schnellsten? Gerade im Low-Level-Bereich bei der Angelfutter-Zubereitung. Punkte investieren, das ist wichtig. Ihr braucht hochwertige Futter-Mische. Das heißt, 9er-Qualität, 10er-Qualität. Wenn ihr hier keine Punkte drin habt, habt ihr schlechtes Futter. Macht also nicht viel Sinn. Und nehmt am Anfang alles mit. Und verwendet natürlich diese ganzen Futter-Mischen, die ihr auch alle noch verwendet später. Also skillt mit, bis ihr bei der Brasse seid, skillt mit Giebel und Karausche. Mit Rotaugen-Mische. Oder wenn ihr auf Güster und sowas schon kommt. Also nehmt diese ganzen Futter-Mischen hier zum Skillen und ballert nicht nur, wie es in den ganzen Guides steht, diese Basis durch. Das macht überhaupt keinen Sinn im Low-Level-Bereich. Das macht Sinn, wenn man dann irgendwann mal die letzten 30-40% noch machen will, aber schon ordentlich Kohle auf der Tasche hat. Dann kann man das vielleicht machen. Oder man hat irgendwie nie Futter-Mische geskillt. Man hat vielleicht von vornherein einen Spinning-Account gehabt und will jetzt mal mit Grundangeln nachziehen. Dann kann man das vielleicht machen. Wenn ihr aber ganz normal auf Grundangeln aus seid, startet mit der Futter-Mische. Schön mit den Fischen, die ihr anfangt zu fangen. Also mit Rotaugen-Mische, damit kann man glaube ich starten. Und mit Karausche. Skillt damit, produziert diese Futter-Mische, verwendet die Futter-Mische. Gerade wenn ihr anfangs eben beim Grundangeln vielleicht nur 5 Punkte in der Stationärrolle drin habt. Danach habt ihr erstmal lange nichts drin. Dann kommen irgendwann Punkte in die Haar-Montage. Dann ist wieder Zeit bis hier unten hin zum Karpfenruten-Pop-Up-Brick. Das heißt, ihr habt einige Level Zeit, um zu sparen. Und diese gesparten Punkte können eben hier schön in die Angelfutter-Zubereitung zum Beispiel rein. Das macht dann wirklich viel Sinn. Und dann habt ihr auch gute Köder, beziehungsweise gute Futter-Mischen. Köder müsst ihr natürlich auch noch herstellen. Da hat man genug zu tun. Guck mal, Alter, guck mal hier. Da geht auch nochmal was Schönes rein hier. In den frühen Morgenstunden. Was haben wir denn da für einen Brocken? Schön. Digga für der Arland. Ich hab ja Bock auf Arland, ne? Ich finde, Arland ist viel, wird viel zu wenig beangelt. Ich war ja zuletzt ganz froh, dass er am Bernsteinsee ganz gut funktioniert. Da sind auch einige Trophys reingegangen. Bam, Alter. Arland, richtig geiles Ding. Richtig schön feister Fisch. Kampfstark auch durchaus, wenn man da mit so feinem Set unterwegs ist. Also, macht Bock. Ach, ich wollte die Futter-Mische abmachen. Dann machen wir sie hier ab. Ja, da ist auch was dran. Perfekt. Irgendwas Kleines. Jetzt machen wir hier die Futter-Mische ab. Guck mal, ein kleiner Döbel sogar, ey. Futter-Mische raus. Und dann gucken wir mal eben rein in den Kescher, was denn jetzt hier so eine halbe Stunde gebracht hat. So, was haben wir denn? Gucken wir nochmal schnell ins Café. Okay, wir haben fünf kleine Güster. Oh ne, da müssen wir erstmal gucken, ob sich das lohnt. Fünf kleine Güster. Okay, 23 Ocken bringen die. Das ist nicht schlecht. Den Rest haben wir nicht. Giebel und Co. 23 Ocken im Café für fünf kleine. Wir sortieren mal nach Güster und nach Gewicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bringt 15. Okay, es ist immerhin, es ist immerhin mehr. Ja, nach Gewicht sortiert. Ah, hier gerade noch fast so ein, fast eine Trophy gefangen. Sechs Gramm unter Trophy. Katastrophe, Alter. Also, fünf Stück. Kratching haben wir immerhin für 23 verkaufen können. Und dann gucken wir mal nach dem Rest. Joa, die große Güster bringt natürlich knapp acht Silber. Gar nicht schlecht. Aber ansonsten so diese ein Kilo Ahlande um die sechs. Guck mal hier. Deswegen mag ich die großen Güster. Ist das krass. 500 Gramm Güsterkloppen. Dann hier die Brassen. Das ist alles ganz ordentlich Kohle. 57 plus die 23 von gerade. Sind wir also bei 80 Silber in Gänze. Und das in 30 Minuten. Schmeckt zum einen, wie gesagt, von der Kohle. Kratching. Schmeckt von der Kohle. Für Low Level durchaus möglich. Relativ schnell hergestellte Köder. Einfach hergestellte Köder. Und für alle, die eben den Ahland suchen. Vernünftige Futter mische herstellen. Ordentliches Setup. Wie gesagt, gerne auch mit diesem Vorfachsmaterial. Und ja, natürlich ein bisschen durchziehen. Und hoffen, dass da was geht. Oder an der gleichen Stelle auch mal mit Boilies testen. Geht bestimmt auch. Petri Lümmels. Wenn noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren. Daumen da lassen für das Video. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.